Marco Marchionni ist ein italienischer Fußballspieler. Er ist ein Mittelfeldspieler, der bevorzugt auf der rechten Seite eingesetzt wird. Karriere Marco Marchionni begann das Fußballspielen im Verein seiner Heimatstadt, dem AC Montarotondo. Seine Profikarriere startete er 1998 beim FC Empoli, im Jahre 2001 wechselte er zur AC Parma. In den folgenden zwei Spielzeiten kam Marchionni nur zu wenigen Einsätzen und wurde deshalb in der Saison 2002-03 für ein halbes Jahr an Pia Inca Calzico ausgeliehen, wo er überzeugende Leistungen zeigen konnte. Nach seiner Rückkehr zur AC Parma zur Spielzeit 2003-04 spielte er unter Trainer Cesare Prandelli, der vor allem wegen der finanziellen Misere des Klubs auf junge Spieler setzen musste, eine wichtige Rolle in der ersten Mannschaft. Es folgten zwei weitere Spielzeiten mit guten Leistungen in Parma, bevor Marco Marchionni sich im Frühjahr 2006, da sein Vertrag zum Saisonende auslief, für einen ablösefreien Wechsel zu Juventus Turin entschied. Auch die spätere Zwangsversetzung seines neuen Klubs in die Serie B aufgrund des Manipulationsskandals änderte an seiner Entscheidung nichts. Bei Juve kam er in seiner ersten Spielzeit zwar regelmäßig zum Einsatz, konnte sich aber keinen Stammplatz auf der rechten Seite erkämpfen, da er mit Mauro Camoranesi ausgesprochen starke Konkurrenz auf dieser Position hatte. Nach Juventus' Rückkehr in die Serie A verletzte er sich zu Beginn der Saison 2007-08 schwer und musste mehrere Monate pausieren. In der Spielzeit 2008-09 stand Marco Marchionni wegen häufiger Verletzungen Camoranesis oft in Claudio Ranieris Juve-Startformation und zeigte starke Leistungen auf der Rechtsaußenposition. Im Juli 2009 wechselte Marco Marchionni für 4,5 Millionen Euro zum AC Florenz. Nach insgesamt 18 U21-Elländerspielen zwischen 2000 und 2002 für Italien debütierte Marchionni am 12. November 2003 unter Giovanni Trapattoni in der A-Nationalmannschaft und bestritt insgesamt sechs Partien für die Squadra Asura. Titel und Erfolge Coppa Italia 2001-02 Italienische Serie B-Meisterschaft 2006-07 Italienische Serie B-Meister B-Meister Und hier ausام mint Und hier aus dort aus Italienische Serie B-Meister Süßd zurück 原因 Nordienische Mutter Süßd Röge lu сумme Süßd versрал und Süßd Vielen Dank.